Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen in unserer guten Stube am Institut der Weltliteratur, für Weltliteratur und der Akademie der Wissenschaften. Und ganz herzlich darf ich unseren werten Gast, den Professor Otmar Ette, bei uns willkommen heißen. Als erstes möchte ich in aller gebotenen Kürze, also allenfalls thesenhaft und zugespitzt und vielleicht auch sehr stark verkürzt, klar machen, mit wem wir heute sprechen werden. Und einige Worte über unseren Kollegen aus Potsdam sagen. Ich bitte Sie gleichzeitig um Nachsicht und um Verständnis für alle Lücken und Auslassungen in meinen Ausführungen, was Breite der wissenschaftlichen Persönlichkeit angeht. Prof. Ette wirkt als Komparatist und Romanist an der Universität Potsdam. Seit 2013 ist er aber auch ordentliches Mitglied der geisteswissenschaftlichen Klasse der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Er promovierte über Potsdamatie und habilitierte sich 1995 mit einer Arbeit über Roland Barthes. Aus dieser Beschäftigung mit Roland Barthes, der uns allen sehr vertraut ist, sind auch Publikationen hervorgegangen. Ich darf einige aufzählen. Roland Barthes, eine intellektuelle Biografie. Aus dem Jahr 1999. Roland Barthes zur Einführung. Zweite Auflage 2013, die wir in unseren Bibliotheksbeständen führen. Und Roland Barthes, Landschaften der Theorie aus dem Jahr 2014. Im selben Jahr ist Prof. Ette zum Ehrenmitglied der Modern Language Association of America gewählt. Er ist Herausgeber einer sehr prominenten wissenschaftlichen Zeitschrift über Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt im Netz. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Alexander von Humboldt. Und zählt zu den sachkundigsten Experten der Humboldt-Forschung weltweit. Aktuell spricht, sprich seit 2015, ist er Projektleiter eines groß angelegten Landschaftsprojektes. Alexander von Humboldt auf Reisen, Wissenschaft aus der Bewegung an der Berlin-Planenburgischen Akademie der Wissenschaften, dessen geplante Laufzeit auf 18 Jahre angelegt ist. Über dieses Projekt werden wir heute mehr erfahren. Durch seine wissenschaftlichen Interessen lassen sich mitnicht die Alexander von Humboldt beschränken. Prof. Ette ist Spezialist für Literaturen der Welt. Mit Schwerpunkt auf französischsprachige und spanischsprachige Literaturen. Und auf Literaturen im Kontext der Sans-Area-Studies, also Literaturen ohne festen Wohnsitz, sozusagen. Prof. Ette ist, wie Alexander von Humboldt auch, ein Lebenswissenschaftler. Er begreift Literaturwissenschaft als Lebenswissenschaft. Und entwickelt somit ein Programm, in dem Naturwissen und Kulturwissen aufeinander bezogen werden. Es ist ein tierter Literaturwissenschaft, was nicht uninteressant ist. Es ist ein lebensumgreifendes wissenschaftliches Programm. Dafür hat er Konzepte wie Lebenswissen, Zusammenlebenswissen und Überlebenswissen für die Literaturwissenschaft geprägt und in zahlreichen Arbeiten auch fruchtbar gemacht. Ein Programm, das die sprachliche Verfasstheit des Wissens ins Zentrum setzt. Ein Programm, in welchem alles Wechselwirkung ist. So, das Humboldtsche Credo aus den amerikanischen Reisen. Es ist ein Programm, in dem sich das Fraktale des Lebens... Oh, zu dir, Lensi, das muss ja prepchnut. Wie ist ein Band weltfraktisch bereist? Das Programm der lebenswissenschaftlich orientierten Literaturwissenschaft ist eine Trilogie. Ich werde jetzt die Bände nicht aufzählen, aber es ist einiges auf dem Markt. Etes Wissenschaftsverständnis ist also ein globales. Es ist ein panoptischer Blick, durchzogen mit durchlässigen Grenzlinien. Wir haben heute schon über Grenzziehungen gesprochen, mit der Durchlässigkeit, was Freude macht. Durchzogen auch mit Überschreitungen. Also voller Überschreitungen. Es ist ein Programm, das endgültig vorläufig ist. Und im Wesentlichen und ganz im Sinne Humboldts, ein Zuwiderlaufen gegen das Denken in Systemen und in festgefahrenen Strukturen, also in Schematismen. So schreibt Kollege Ette es in seinem Aufsatz Humboldt oder das Glück niemals anzukommen, im Untertitel. Stattdessen zeigt er uns Möglichkeiten auf, verschiedene Logiken übereinander und gleichzeitig denken zu können. Und er nennt Literaturen dieser Welt, dementsprechend auch Laboratorien. Und das können wir exemplarisch an der Gestaltung der Festschriften, Ottmar Ette, deutlich ablesen. Ich hatte das Buch, die Freude und die Gelegenheit, es einzusehen. Dieses Buch trägt den bezeichnenden Titel Literatur leben aus dem Jahr 2016. Ottmar Ette tritt für die Entwicklung transdisziplinärer Wissenschaftsformen ein. Es sei erwähnt an dieser Stelle, dass Professor Ette seit, glaube ich, 2020 Direktor des neu gegründeten Humboldt-Zentrums für transdisziplinäre Forschung an der Universität in Changsha ist. Und gestatten Sie mir abschließend noch einen Satz von Herrn Ette zu zitieren. Er sagte einmal, Wissenschaft ist vor allem Übersetzung. Wissenschaft beruht auf Übersetzung. Das ist ein knapper Satz, aber inhaltsschwer. Hier sind verschiedene Logiken gemeint, wissenschaftliche Logiken und Logiken der natürlichen Sprachen. In beiden Fällen handelt es sich um Übersetzung der Fremderfahrung in eigene Erfahrung. Das Fremde wird in der Übersetzung angeeignet. Und auch dieser Vortrag wird übersetzt. Und an dieser Stelle noch ein sehr kurzer und schneller, aber umso herzlicherer Gruß an unsere Dolmetscherin. Und lieber Herr Ette, ich freue mich auf Ihren Vortrag und auch auf die anschließende Diskussion. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung, für die mehr als freundliche Vorstellung. Ich fühle mich hier sehr wohl in dieser wunderschönen Stadt Bratislava und wir sind ganz wunderbar empfangen worden heute. Und ich kann mich nur bedanken für die schöne Aufnahme und für die wunderbaren Gespräche, die wir schon bis heute hatten. Ich möchte Sie gerne mitnehmen auf eine kleine Reise, auf eine Reise mit Alexander von Humboldt. Aber auf eine Reise, die auch, ich denke, etwas über die Person und über das Schaffen von Humboldt hinaus an Fragen an unserer Literatur und auch heute, auch in einem Institut für Weltliteratur stellen kann. Und ich freue mich auch auf die Diskussion, die sicherlich im Anschluss dann auf die Person, auf das Schaffen, auf die Bedeutung von Humboldt, aber vielleicht auch darüber hinaus dann eingehen wird und geführt werden wird. Ich freue mich darauf und bin gespannt, welche Fragen und welche Problemstellungen Ihnen wichtig sind. Ein Leben aus ständigen Reisen, aus ständigen Ortsveränderungen, ständigen Perspektiven wechseln. Ein Leben, das sich auch durch Humboldts Reisen sehr einfach und sehr einprägsam gruppieren lässt. Alexander von Humboldt ist 1769 im Zeichen eines Kometen geboren. Ein kleiner biografischer Tatbestand, auf den er gerne immer wieder mal hingewiesen hat, 1769 und 1859 im Alter von knapp 90 Jahren verstorben. Und diese Zeitspanne ist eine Zeitspanne von nahezu 73 Jahren des Publizierens, 73 Jahren ständigen Schreibens von Büchern, Aufsätzen, von Manuskripten, Briefen, von unterschiedlichsten Textgenerat und von unterschiedlichsten Dimensionen des Wissens in einer Zeit, die sich radikal verändert hat. Zwischen 1769 und 1859 liegen also knapp 90 Jahre und das Leben Alexander von Humboldts lässt sich ganz einfach und sehr leicht merkbar in drei Etappen einteilen, die jeweils ihrerseits knapp 30 Jahre umfassen. Das ist eine Einteilung, die Humboldt schon ahnte, als er auf der russisch-sibirischen Forschungspreise 1829 war und merkte, dass er seinen 60. Geburtstag auf dieser Forschungsreise zu einem Zeitpunkt haben würde, der vergleichbar war mit seinem 30. Geburtstag auf der amerikanischen Forschungsreise. Das heißt, das Leben von Alexander von Humboldt und auch das Schaffen, die Bedeutung, ergibt sich aus drei jeweils knapp 30 Jahre langen Perioden seines Lebens und Schaffens. Eine erste Periode, die reicht bis zum Jahre 1799, als die amerikanische Reise beginnt. Es gibt zwei große transkontinentale Reisen bei Alexander von Humboldt. Reisen, die nicht nur sein Denken, sondern vor allem auch seine Epistemologie, die Grundlagen des Wissens, die Grundlagen des Forschens geprägt haben. Und dieses ständige Verändern von Perspektiven, das charakterisiert im Grunde das Werk von Alexander von Humboldt, der über lange Zeit, das gilt es zu betonen, und da werde ich auch nachher nochmal drauf kommen, totgeschwiegen wurde. Also Alexander von Humboldt ist anders als Wilhelm von Humboldt, sein Bruder, keineswegs eine Konstante innerhalb der deutschsprachigen Rezeption, sondern hatte eine Phase, eine lange Phase, in der so gut wie nichts über ihn geschrieben wurde, verschwand. In der ersten Phase also haben wir die Zeit bis zu seiner amerikanischen Forschungsreise 1799 bis 1804 durch eine Reihe von Ländern, die heute Venezuela, Kolumbien, Peru, Ecuador, Ecuador, Peru und dann Mexiko und Kuba. Er war zwischenzeitlich schon ein erstes Mal in Kuba gewesen, von Venezuela aus und dann über Kuba und die USA wieder zurück nach Frankreich, seiner eigentlichen, kann man durchaus sagen, geistigen Heimat. Humboldt hat die Mehrzahl seiner Texte, hat mehr auch in seinen Manuskripten auf Französisch geschrieben als auf Deutsch. Und diese Zweisprachigkeit oder das sich bewegt in zwei verschiedenen Sprachwelten, die aber gleichzeitig Sprachen charakterisiert Humboldt. Denn Humboldt kann, dass es aber in einer anderen Sprache andere Beleuchtungsmöglichkeiten gibt, die einen Gegenstand anders wiederum hervorbringen, anders gestalten, anders generieren. Und diese Einsicht von Humboldt, die hat etwas ganz wesentlich mit seinen Reisen zu tun. Humboldt, Alexander, der Jüngere der beiden Humboldt-Brüder, die auf Schloss Tegel aufwuchsen und von herausragenden Spätaufklärern der Berliner Aufklärung erzogen wurden. Humboldt also hat Alexander, also hat seinen Weg durch die Wissenschaften zunächst in dieser ersten Phase auch Disziplin gleichzeitig begonnen. Diese unterschiedlichen Disziplinen hatten durchaus auch einen akademischen Hintergrund. Humboldt hatte er in der Viadrina, in Frankfurt an der Oder. Berlin hatte zum damaligen Zeitpunkt noch keine Universität. Ein Jahr in Frankfurt an der Oder. Und er schreibt an seine Freundin in Berlin, der Mensch ist gemacht, in allen Klimaten zu leben, selbst an den frostigen Ufern der Oder. War nicht gerade sehr glücklich in Frankfurt an der Oder und ist dann später, wie sein Bruder auch, nach Göttingen gegangen. Das war, wie man heute vielleicht sagen könnte, die Exzellenzuniversität der Epoche im deutschsprachigen Raum. Eine der großen Universitäten, die auch gerade außereuropäische Dimensionen hatten. Er hat bei Blumenbach gehört, er hat bei einer Reihe von Menschen gehört, die auch außerhalb Europas ihre Forschungsgegenstände hatten. Und dieses Lernen von Humboldt, ich möchte jetzt nicht auf die einzelnen Perioden seiner ersten Phase eingehen, hat ihm die Möglichkeit gegeben, sich in ganz unterschiedlichen Disziplinen zu spezialisieren. Also das sind Disziplinen, die herauspräparieren wie die Chemie, wie die Biologie, wie die Botanik. Unterschiedliche Bereiche, in denen er durchaus auch eigene Publikationen hatte und erste Publikationen vorlegte. Und diese Fähigkeit Humboldt, sich in unterschiedlichen Terrains zu bewegen und in unterschiedlichen wissenschaftlichen Umständen, sozusagen Kontexten, Umfeldern erfolgreich zu sein, diese Fähigkeit zeichnet ihn in dieser ersten Phase aus. Also im Grunde ist es noch nicht im engsten Sinne ein polylogisches Vorgehen unterschiedlichen Disziplinen, der verschiedenartigen Disziplinen, in denen er sich spezialisiert ist, sondern es ist noch ein separat sich im Bereich der Botanik, sich im Bereich der Mathematik, sich im Bereich auch der Philosophie durchaus vorwärts tasten, aber auch in der Geologie, der seine erste Buchpublikation gilt. In dieser ersten Phase also haben wir aber auch schon vor der amerikanischen Reise in die Tropen oder in die Reise in die amerikanischen Tropen eine Spezialisierung auf unterschiedliche Bereiche. Das deutet sich etwas an von dem, was man so bezeichnen könnte. Humboldt beginnt, darauf spezialisiert zu sein, nicht spezialisiert zu sein. Das heißt, in unterschiedlichen Bereichen spezialisiert zu sein und sich nicht in einem einzigen Bereich zu spezialisieren. Das ist durchaus ungewöhnlich für das Umfeld, in dem er sich bewegt, oder für die Wissenschaftler, die er als ständige Begleiter und Gesprächspartner hatte, die sich durchaus sehr deutlich in ihren unterschiedlichen Gebieten mit Philologen, mit Philosophen, mit Botanikern usw. bewegten. Also in diesen unterschiedlichen Gebieten. Er hat aber durchaus auch dem Willen seiner Mutter entsprechend eine preußische Karriere angestrebt, und zwar eine, die ihn vom einfachen Bergmann oder vom Bergassessor dann zum Oberbergrat innerhalb von kürzester Zeit katapultierte. Humboldt gehörte zu jener jungen Elite, die in einem modernen preußischen Nationalstaat die Modernisierung aller Bereiche im technologisch-pragmatischen Bereich vorantrieb. Als junger Bergmann hat er also da durchaus wesentliche Akzente gesetzt. Wir haben diese Zeit auch mit den unterschiedlichen Gutachten, Expertisen, die Humboldt dabei erarbeitet hat, versucht darzustellen, auch in Publikationen darzustellen. Das ist eine sehr spannende Sache, vor allem, wenn man sich anschaut, dass er diese Expertise dann später auch auf den unterschiedlichen großen Reisen dann ausbauen wird. Unterschiedlichste Reisen, Reisen nach Osteuropa, Reisen nach Südeuropa, Reisen auch durch die Alpen, etwa auf die Südseite der Alpen, aber auch von Salzburg aus. Das Einüben unterschiedlichster Messmethoden, das sich umgeben mit unterschiedlichsten modernen Messgeräten und das Einüben von Wissensbereichen, die einander nichts zu tun hatten und die strikt voneinander getrennt waren. Humboldt hat diese Voraussetzungen für die spätere Entwicklung im Grunde geschaffen, aber diese Voraussetzungen hatten noch keinen epistemologischen Hintergrund. Sie hatten noch keine systematische Aneignung unterschiedlichster Bereiche, die dann zusammengedacht würden, aber sie boten die Voraussetzungen für das, was sich dann später herausbilden würde. Humboldt ist sehr früh dann mit der Voraussetzung, keine feste Stelle an irgendeiner Universität oder irgendeiner universitären Einrichtung anzunehmen. Das war sein Credo. Er blieb im Bergdienst, solange seine Mutter lebte. Als seine Mutter starb, hat er wie sein Bruder Wilhelm geerbt. Man könnte nach heutigen Vorstellungen sagen, er war ein Millionenerbe. Und während Wilhelm das Erbe anlegte in Gütern und in den unterschiedlichsten Liegenschaften, hat Alexander sein Geld so angelegt, dass er es für Reisen verwenden konnte. Die amerikanische Reise begann, aber es war zu Beginn überhaupt nicht klar, wohin dieser Weg führen würde. Wohin ihn also praktisch das Schicksal führen würde. Humboldt hat in seinem Leben, ich glaube, das kann man ohne Übertreibung sagen, sehr viel Glück gehabt. Und dass er gerade in die spanischen Kolonien Amerikas kam, ist einer Folge von Zufällen zu verdanken, die durchaus auch mit Napoleon zu tun haben, mit den napoleonischen Kriegen. Eigentlich war geplant, dass er nach Ägypten gehen sollte, aber der Ägyptenfeldzug Napoleons untersagte im Grunde jede Möglichkeit überzusetzen. Der Franzose wollte nur Franzosen in seinem wissenschaftlichen Feldzug durch Ägypten, denn zusätzlich zu militärischen gab es auch einen wissenschaftlichen Feldzug. Und da wollte Napoleon ausschließlich französische Wissenschaftler dabei haben, um die Größe der französischen Wissenschaftslandschaft zu dokumentieren. Humboldt konnte also nicht nach Ägypten. Und Humboldt konnte aber auch die andere Seite, also westliche Seite, das wir heute Maghreb nennen, übersetzen, weil die Situation und von dem Wohnatlas dann überreisen, über Mekka und Medina, die heiligen Städten des Islam, dann nach Kairo vielleicht doch noch sich durchschlagen zu können. Dieser Plan scheiterte aber auch an ganz konkreten Unmöglichkeiten. Es gab kein Schiff, es gab keine Überfahrtsmöglichkeit. Es gab viele, die ihn davon abhalten wollten. Und so war er mit seinem Reisebegleiter, den er in Paris aufgegabelt hatte, Aimé Bonpland, ein Arzt, junger Arzt, saß er in Südfrankreich zunächst mal fest und man beschloss, dann eben nach Spanien weiterzureisen. Und in Spanien, bei einer Folge von kleinen Zufällen, und einem Baron, dem Baron von Forel, der Gesandter war in Madrid und am Hof in Aranjuez, hatte er dann Zugang zum Königshaus und bekam ein Laissez-passé, das wir vor einigen Jahren, vor 15 Jahren wieder gefunden haben, für die Kolonien, für die amerikanischen Kolonien. Und damit beginnt sozusagen die zweite Phase. Mit der Einschiffung von Alexander von Humboldt, also eines jungen Mannes, der durchaus am französischen Institut, also sozusagen an der Akademie, einen Namen hatte, sich dort durch einige sehr beachtete Vorträge schon profiliert hatte. Also eine Jeune Esperance, wie man so schön sagt, also eine junge Hoffnung auf Künftiges. Oder wie man unschönerweise auf Deutsch sagt, ein erfolgreicher Nachwuchswissenschaftler. Immer an den Begriff Nachwuchswissenschaftler gestört. Ich weiß nicht genau, was da so nachwächst. Aber diese Dimension, die war bei Humboldt ganz entscheidend. Und er ging also 1799 auf eigene Kosten, also dank seines enormen Erbes und dank der Bankverbindungen, die er auch nach Amerika geknüpft hatte, mit den Möglichkeiten, dort auch Gelder abzuheben, an Geld zu kommen und so weiter, sozusagen die infrastrukturellen Voraussetzungen für seine Reise zu schaffen, ging er dann in die Amerikas. Natürlich war es ein Reisender, der sich sehr lange durch unterschiedlichste Reisen vorbereitet hatte. Vorbereitet hatte auf die verschiedenartigsten Gegenstände, aber auch auf unterschiedliche Situationen. Also zum Beispiel war Humboldt äußerst versiert im Herstellen der eigenen Zinne. Das ist für uns insofern wichtig, als wir mit dieser Tinte arbeiten. Es sendet Humboldt in seinen Manuskripten, welche Beimischungen hat er, um zum Beispiel eine Tinte wasserfest zu machen. Also zum Beispiel am Orientalokob verwendet Humboldt oder müßt sich eine Tinte, die wasserfest ist. Glücklicherweise, weil die Tinte sind ganze Blätter, die sie tropfnass aufhängen und kann die entsprechend trocknen lassen und es ist immer noch lesbar dank dieser Tinte, die er da verwendet hat. Und später als 70-Jähriger wird er dann einige Wassertropfen auf den Blättern, die so Spuren hinterlassen haben, umrändeln und dranschreiben mit einem Stift Wasser vom Orientalokob. Und diese materielle Dimension ist ganz wichtig für uns heute, um die verschiedenen Passagen zu datieren, um klarzumachen, wo eine Passage herkommt, wann sie geschrieben wurde. Weil Humboldt, aber darauf komme ich nochmal, schrieb nicht einfach kontinuierlich. Er schrieb nicht einfach kontinuierlich, Seite für Seite in sein Reisetagebuch, sondern er schrieb in Inseln. Die Blätter, die lose Blätter reserviert, er schreibt meinetwegen über Geologie und Tage später schreibt er dann erneut über Geologie an derselben Stelle weiter, während er längst woanders schreibt, über Botanik zum Beispiel. Und diese Schreibweise in Inseln, die ist ganz entscheidend, um sein Denken später auch zu verstehen. Weil in Inseln, das wird Ihnen vielleicht jetzt erst mal fremd vorkommen, aber in Inseln zu schreiben und nicht kontinuierlich zu schreiben, heißt, dass die Chronologie seiner Schriften nicht die entscheidende Orientierung ist, sondern die Zusammenhänge, die aber nicht über eine konsequente Linie durchlaufen, sondern relational verknüpft sind. Das heißt, die einzelnen Inseln sind relational miteinander verknüpft. Und das ist genau für die Editionsphilologie, die wir betreiben in dem Projekt, das Sie genannt hatten, eine ganz entscheidende und wichtige Voraussetzung. Alexander von Humboldt hat also dann, war dann unterwegs, konnte gleich die Stärke der spanischen Seemacht erkennen und natürlich auch die Dominanz der britischen Schriften auf allen Weltmeeren. Immer wenn Humboldt ein Schiff bestieg, bestand die Gefahr, dass dieses Schiff durch britische Freibeuter oder durch britische Kriegsschiffe gefährdet war. Das ist also durchgängig auf allen Meeren der Falle. Und dieser Aufbruch von Europa ist ein sehr, sehr schön in den amerikanischen Reisetagebüchern festgehaltener Vorgang, denn dort sieht er die Lichter des letzten Dörfchens von Sisarga an der Westküste der iberischen Halbinsel schwinden. Und er spricht von Europa. Es gibt also sozusagen auch eine Entwicklung, die sich deutlich abzeichnet, nämlich in dem Maße, in dem er sich auf die Amerikas einlässt, wird Humboldt zugleich auch zu einem Europäer. Zu einem Europäer, der sich europäischer Sprache bedient, des Deutschen wie des Französischen hauptsächlich, aber er wird sehr schnell und sehr gut Spanisch lernen und auch andere sich erwerben. Und dabei dann auch für seinen Bruder, nicht nur Diplomaten und Staatsmann Wilhelm von Humboldt, sondern auch den Sprachenforscher und Sprachphilosophen Wilhelm von Humboldt, dann auch Materialien liefern für die unterschiedlichen Entwicklungen von indigenen Sprachen in den Amerikas. Also Grammatiken mitbringen, die Missionare geschrieben hatten und so weiter. Also das heißt, der ganze amerikanische Sprachenbereich, der wird in der Familie Humboldt sozusagen da gepusht. Entscheidend aber ist, dass diese amerikanischen Reisetagebühne in der unterschiedlichsten Bereiche wirklich zusammenzudenken, nicht nur zusammenzuschreiben, also unterschiedlich zusammenzuschreiben, sondern wirklich zusammenzudenken. Und aus einem dieser Momente, in dem er gerade auf Französisch schrieb, in einer kleinen Insel sozusagen, zu etwas völlig anderem schrieb, kommt plötzlich ein Satz auf Deutsch, sozusagen der Geistesblitz. Und das ist ein ganz wichtiger Augenblick am Ende des ersten Drittels der Reise Alexander von Humboldt durch die Amerikas, durch die amerikanischen Tropen. Alles ist Wechselwirkung. Das ist der zentrale Satz. Der kommt dann auf Deutsch in einer französischen Passage. Das ist durchaus für Humboldt typisch. Also das Denken auch in zwei verschiedenen, drei verschiedenen, vier verschiedenen Sprachen gleichzeitig. Und aber diese Formulierung, die schließt zum ersten Mal auf ein Denken, das sich dann später entwickeln wird und das später seine Grundlagen immer wieder neu voraussetzt, immer wieder neu schafft, immer wieder neu überdenkt. Also das ist eine ganz faszinierende Entwicklung, die wir dabei Humboldt in den amerikanischen Reisetagebüchern beobachten können. Humboldt wird seine Reise dann fortsetzen, die berühmten Passagen über die Vulkane in Ecuador, die sogenannte Besteigerung des Chimborazo mit dem damaligen Höhenweltrekord. Aber er kam nicht bis auf die Spitze des Chimborazo. Und Humboldt hat auch nie behauptet, auf der Spitze des Chimborazo gewesen zu sein, sondern hat dieses Bild des Chimborazo immer für sich verwendet. Also noch in seinen späten Gemälden, noch im Todesjahr, wird Ludwig Schrader von ihm ein Bild malen, in dem der Chimborazo und der alte Humboldt, aber in der Haltung des jungen Humboldt, in den Anden sich befindet. Und diese Verknüpfung mit dem Berg, mit dem Chimborazo, das ist nicht die Verknüpfung, da war ich oben, sondern da war ich auf dem Weg. Ich bin nicht angekommen, sondern ich war auf dem Weg, ich war auf dem Sprung, ich bin Bewegung. Und das ist die sozusagen humboldtsche Dimension, sowohl für das Leben als auch für das Schreiben Alexander von Humboldt, für das Werk, für das literarische, reiseliterarische, wissenschaftliche Werk Alexander von Humboldt. Wenn wir diese erste Phase also des Autodidakten und des preußischen Berg Oma-Bergrats Revue passieren lassen, dann sehen wir ganz deutlich die Voraussetzungen, die sich dann in dieser zweiten Phase tatsächlich umsetzen in ein Denken, in dem Pluralität entscheidend ist. Die Titel des ersten Phases sind in der Regel im Singular gehalten. Die Titel seiner Bücher in der zweiten Phase sind allesamt im Plural. Ansichten der Natur, Tableau de la Nature, Vue des Cordillères im Plural, also Ansichten der Cordilleren. All diese Titel aus der zweiten Phase sind im Plural gehalten und sie vermitteln etwas von dem, was bei Humboldt ganz zentral ist, nämlich das Ansehen eines Gegenstandes von verschiedenen Perspektiven aus. Also wenn Sie so wollen, etwas Kubistisches. Ein Kubismus, der freilich die dritte Dimension noch mit hinzunimmt und zugleich die Bewegung als eine, wenn man so möchte, vierte Dimension, jedenfalls die Zeitdimension mit integrieren. Das ist die Humboldtsche Wissenschaft, die sich dann in diesem Beginn der zweiten Phase langsam konstituiert und die durchaus dann auch in der dritten Phase dominieren wird. Diese Humboldtsche Wissenschaft, über die sehr viel gearbeitet wurde, die kann ich vielleicht auch ganz kurz nachher noch skizzieren, aber entscheidend ist, dass wir verstehen, dass es eine polylogische, dass es eine polyperspektivische Dimension gibt, also unterschiedliche Perspektiven zugleich und dass es natürlich auch eine vielsprachige Dimension gibt, in der ebenfalls die Gegenstände je nach Sprache anders beleuchtet werden. Ich kann hier nicht auf die Details eingehen, aber beispielsweise in der dritten Phase wird Humboldt den Begriff Kultur auf Deutsch stets im Singular verwendet. Stets im Singular. Ich habe kein einziges Beispiel gefunden, wo er von Kulturen gesprochen hat. Aber im Französischen verwendet er, wenn er Französisch schreibt, sagt er sehr wohl die Kulturen. Und dieses Auseinanderklaffen zwischen unterschiedlichen Sprachen ist nicht Logik, sondern das ist Programm. Das ist die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Sprachen anders ausdrücken zu können und damit andere Gegenstände herzustellen. Ich meine nicht nur zu visualisieren und zu visibilisieren, also sichtbar zu machen und auch anschaulich zu machen, sondern zugleich auch wirklich hervorzubringen, durch Sprache hervorzubringen, durch Sprache zu konstruieren, zu generieren. Und diese Dimension ist ganz entscheidend. Also in der zweiten Phase können wir ganz deutlich sehen, dass Humboldt sich entwickelt von einem Spezialisten, der auf unterschiedlichstes spezialisiert ist, nicht spezialisiert zu sein, das wäre Vertiefen und Herangehensweisen, auch bis in seine Schreibweise hinein vorführen kann, überzeugend demonstrieren kann. Das ist dieses Schreiben in Inseln oder Schreiben in Archipelen. Ein Archipel ist immer die Vielzahl von Inseln innerhalb eines Meeres, eigentlich meint das auch der griechische Begriff Archipel, nicht die Inseln, sondern das Meer. Also das heißt, die Verbindung zwischen den einzelnen Inseln, das mobile Element, die Humboldt sagte, und in einem Archipel ist die Relationalität eben entscheidend. das heißt, eine Insel ist immer zugleich eine Insel, die eine eigene Welt darstellt, die für sich ist, also eine Insel mit dem eigenen Inselklima, mit einer eigenen Sprache, mit einer eigenen Landwirtschaft, mit einer eigenen Bevölkerung und so weiter und zugleich eine Inselwelt, also ohne Bindestrich geschrieben, eine Inselwelt, ein Wort, eine Welt von Inseln, die miteinander in Beziehung stehen. Denken Sie an Venedig, dann haben Sie eigentlich ein derartiges Modell direkt vor Augen. Jede Insel ist anders, hat eine andere Bevölkerung, eine andere Funktion, hat andere Institutionen und so weiter und doch bilden die unterschiedlichen Inseln eben eine Gesamtheit, die relational nur verstanden werden kann. Relational sozusagen als ein Zusammenwirken der unterschiedlichen Inseln. Und Humboldt entwickelt dieses Schreiben in Archipelen in seiner Zeit in den Amerikanen. Und er tut dies auch zunehmend zwischen verschiedenen Sprachen. Auch das ist sehr, sehr spannend zu sehen, wann es sich des Lateinischen bemüht, Deutschen bedient und war eine interessante Sache. Und er setzt auch bei seinen Leben dann auch mal Altjapanisch ein oder Altportugiesisch oder ohne Übersetzung nicht einfach, weil er damit demonstrieren will, das kann ich auch. Humboldt hatte durchaus seine Eitelkeiten, aber er war nicht in diesem Sinne eitel, dass er gegenüber den anderen demonstrieren wollte, was er alles drauf hatte, sondern er wollte damit zugleich auch die Verschiedenartigkeit der Perspektiven auf einen Gegenstand aufweisen. Und das Lesen von Humboldt-Texten ist von daher sehr häufig eine vielsprachige Sache. Das ist eine ganz interessante Dimension. Wir sind heute manchmal vielsprachig in einem Sinne, in dem zum Beispiel englische Worte ins Deutsche eingewandert sind, aber das ist nicht die Vielsprachigkeit, wie Humboldt heute. Also das Downloaden ersetzt keinen deutschen Begriff, sondern es setzt sich an die Stelle eines Begriffs, der deutsch sein könnte und nimmt damit insofern keine andere Perspektivik ein. Das ist aber nicht die Verwendungsweise von Sprachen im Sinne Alexander von Humboldt. Dort erscheint Sprache als Möglichkeit, genau wie bei Wilhelm, der Welterkenntnis, also der Perspektivik auf eine bestimmte, auf einen bestimmten Gegenstand. In dieser zweiten Phase entsteht das, was wir als Humboldtsche Wissenschaft bezeichnen können, sie ist transareal, das heißt, sie denkt einen Gegenstand nicht nur von einer bestimmten Region, von einer bestimmten Area aus, sondern überschreitet bestimmte Arias. Also kann er zum Beispiel das Wachstum indigener Gemeinschaften in Mexiko ganz einfach vergleichen mit preußischen Dörfern, mit den Bevölkerungsstatistiken preußischer Dörfer. Oder ein wesentlich politischeres Beispiel noch, so kann er die Sklaverei in den Amerikas urplötzlich mit der Leibeigenschaft im Osten Preußens und im Osten Europas gleichsetzen. Macht also klar, dass Sklaverei kein Problem nur der Kolonial Länder und entsprechender Länder wie Spanien, Portugal und so weiter also Europa selbst gibt. Ich habe mal über einen aus Ghana geraubten und den Herzogen von Wolfenbüttel zum Geschenk gemachten Sklaven gearbeitet, Anton Wilhelm Amo, der Philosoph der Frühaufklärung wurde und Amo hat genau das reflektiert, nämlich Sklave zu sein in Europa, den Herzogen von Wolfenbüttel zu gehören und zu versuchen, eine eigene Karriere aufzubauen. Ganz faszinierende Gestalt. Klar mal zu, entscheidend bei Humboldt ist diese Vielzahl an unterschiedlichen Perspektiven, die sich dann in dieser zweiten Phase auftun. Es ist ein transareales, aber zugleich ein transdisziplinäres. Also unterschiedliche Disziplinen querendes und nicht nur interdisziplinär, ein Gespräch zwischen unterschiedlichen Disziplinen organisierendes, wissenschaftliches, was die verschiedenen Disziplinen miteinander verbinden kann. Und dieses Durchreisen, wenn man etwas übertreibt, dieses Durchreisen, dieses Durchqueren der unterschiedlichen Disziplinen, das ist eigentlich ein ganz zentraler Punkt in der humboldtschen Wissenschaft. Ein Punkt, der für unsere Überlegungen heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, von großer Bedeutung ist. Ich kann jetzt hier in diesem Vortrag nicht darauf eingehen, wir können vielleicht in der Diskussion auch nachher noch darauf eingehen, auf die geoökologischen und auf die überhaupt ökologischen Dimensionen Alexander von Humboldts denken, der sehr früh auf das Zusammenwirken unterschiedlicher Geofaktoren aufmerksam gemacht hat und nimmt zwischen Kultur und Natur Unterschiede. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er war sich durchaus später, in späteren Jahren, in der dritten Phase der Tatsache bewusst, dass zum Beispiel die altchinesische Kultur und auch die althapanische Kultur nicht zwischen Kultur und Natur unterscheidet. Gibt diese Entscheidungen? Einen transdisziplinären Dialog zwischen den Naturwissenschaften und den Kulturwissenschaften herzustellen, obwohl die Dinge, die für die Ökologie von entscheidender Bedeutung sind, nämlich Beziehungen genau zwischen diesen beiden Bereichen zu verstehen, besser zu verstehen, inwieweit auch kulturelle Prägungen ganz wesentlich für geoökologische Probleme sind. Das ist bei Humboldt eben sozusagen vorweg gedacht, in eine andere Richtung gelenkt, in einen anderen Zusammenhang gestellt. Und das macht seine Schrift auch heute für Geoökologie und für Klimafolgenforschung so wichtig und so interessant. Die zweite Phase ist eine Phase, die im Zeichen eigentlich der großen Erfolge Alexander von Humboldt steht, sicherlich. Also er wird sicherlich dem bekanntesten Wissenschaftler nicht nur in Preußen, sondern man kann durchaus sagen, zu einem der bekanntesten Wissenschaftler in Europa und Welt den Europas Netz aufgebaut, das den gesamten Planeten umspannt. Und er hat dieses Korrespondenten Netz immer wieder befeuert. Also wir gingen früher, als ich angefangen habe, vor mehr als dreieinhalb Jahrzehnten über Humboldt zu arbeiten, von etwa 30.000 Briefen aus, die er geschrieben hat. Und mit Briefen meine ich jetzt nicht Junk-Mails, die er irgendwo hin versandt hat mit zwei Zeilen, sondern wirkliche Briefe, oft mehrere Seiten lang, gingen wir von 30.000 Briefen aus, die er geschrieben hätte. Heute kann man sagen, wir haben mittlerweile etwa 19.000, wenn ich es jetzt recht weiß, oder 18.000 Briefe ediert, aber man kann wohl von 50.000 Briefen aus, das Lebensalter wird Ihnen ganz schwindelig, wenn Sie sich überlegen, wie viele Briefe das am Tag sind, neben all den 1.000 von Seiten, die er sonst geschrieben hat. Da können Sie dann auch Rückschlüsse ziehen auf das Leben Alexander von Humboldts, weil bei derartiger Aktivität ist es einfach nicht möglich, mehr als drei vier 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 zu schlafen. Und die Schlafproduktion ist es einfach nur als Hintergrund. Diese Dimension der unterschiedlichen Korrespondentennetze, die er aufgebaut hat, also Humboldt wäre beglückt gewesen, hätte er die Möglichkeiten, die wir technologisch heute hier haben, die wir aber auch nicht immer nur einfach nutzen, er hätte es ganz wunderbar gefunden, sich sozusagen unterschiedlich zu vernetzen. Das ist ganz zweifellos der Fall. Die dritte Phase beginnt mit der russisch-sibirischen Forschungsreise. 1829. Schon als Humboldt aus der Reise in die amerikanischen Truppen zurückkommt, ist er darauf ausgerichtet, nach Asien, nach Zentralasien zu reisen. Und er wird dann auch später ein Werk über Zentralasien schreiben. Aber die Dinge laufen schlecht für Humboldt. Er versucht es über die Briten und die Briten hatten sehr früh zwar Humboldt gefeiert, aber zugleich seine Gefährlichkeit gesehen, weil er sich sehr kritisch Amerikas geäußert hat und später dann auch die Unabhängigkeitsbewegung in den ehemaligen spanischen Kolonien durchaus positiv gesehen hat. Also wenn Sie heute in verschiedene Länder kommen, nach Mexiko oder nach Ecuador und so weiter, da sehen Sie immer wieder auch Humboldt als eine der Figuren der Unabhängigkeit des Landes. Und das ist sicherlich eine Figur, die insofern singulär ist, als Humboldt wiederum keine Kolonialmacht repräsentiert. In den Amerikas war Preußen niemals Kolonialmacht, mit Ausnahme der Karibik. Aber diese 30 Jahre Kolonialmacht in der afrikanischen Gesellschaft, die sind schon lange in Vergessenheit geraten. Humboldt war sich der Tatsache durchaus bewusst. Aber zum Zeitpunkt seiner Reise war das alles schon sieben Jahrzehnte vorüber. Es wird also unmittelbar die Kolonialzeit Frau Reuven wissen, es wird unmittelbar vor dem Machtantritt von Friedrich dem Großen und Friedrich dem Zweiten liquidiert. Diese Dimension Humboldts auch im politischen Bereich hat durchaus ihre Gründe. Wir können vielleicht auch in der Diskussion auf diese politische Bedeutung Humboldts heute eingehen. Sie hat etwas damit zu tun, dass Alexander von Humboldt auch über einen längeren Zeitraum mundtot gemacht wurde, also nur noch wenigen bekannt war, als eine öffentliche Figur, als ein öffentlicher Name existierte, aber seine Schrift ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die Humboldt Rezeption im deutschsprachigen Raum. Und die Humboldt Rezeption woanders, also in Frankreich und vor allem in Spanien, aber vor allem dann in Lateinamerika, ist eine durchgängige Humboldt Rezeption. Es ist eine völlig andere Geschichte, Humboldt im Ausland zu sehen, als Humboldt in Deutschland. Und diese politische Dimension spielt ebenfalls für seine Wissenschaft nochmal eine Entscheidung. Seine Wissenschaft ist gleich eine Kosmo, das ist eine Dimension, auch die können wir nachher nochmal diskutieren, die für sein Denken noch von einer zentralen Bedeutung ist. Die dritte Phase, es beginnt 1829, also endlich die Chance für Alexander von Humboldt, diesmal mit Unterstützung des Zarenhofes, also des zaristischen Russlands, quer durch Russland zu reisen und man kann hinzufügen bis an die chinesische Grenze. Die chinesische Grenze war nicht vorgesehen, Humboldt musste sich seine Reise vom Zaren und dessen Beamten genau absichern lassen und er war ständig von zaristischen Offizieren und Mannschaften begleitet auf dieser Reise, diese Reise war ungeheuer schnell mit tausenden von Pferden, tausenden von Kilometern, also 1829, noch im Jahre 1829 wird er in den letzten Tagen des Jahres, also in den Dezembertagen des Jahres wieder nach Preußen zurückkehren und war an der chinesischen Grenze. China spielt durchaus eine wichtige Rolle, ich komme gleich darauf nochmal zurück, im Denken Alexander von Humboldt. In dieser dritten Phase sind es wieder Werke im Singular, die dominieren, also so wie das sicherlich bekannteste Werke von Humboldt, das Alterswerk der Kosmos. Der Kosmos ist ein typisches Beispiel für die Singularprägung seiner Titel in der dritten Phase. Asien Zentral, Zentralasien ist ein anderes Beispiel, so gibt es ganz viele Werke, die eben halt wieder zum Singular zurückkehren und genau diese Bewegung, die das die zweite Phase charakterisiert hat, Umbauen in ein Zusammendenken der unterschiedlichen Perspektiven in diesem neuen Denken, das er auf den Weg gebracht hat. Humboldt entscheidet sich im Alter, in dem sich heute Professoren emeritieren, dafür ein 30-jähriges Projekt anzugehen. Ein Projekt, von dem er wusste, dass er mindestens drei Jahrzehnte brauchen würde, um dieses Projekt umzusetzen. Man kann das auch als eine lebensverlängernde Maßnahme bezeichnen. Diesmal zum dritten Mal, also die zweite Phase umfasst ebenfalls knapp 30 Jahre, sind immer ein paar Monate weniger als 30 Jahre. Und so wird auch die dritte Phase auch nur wiederum knapp 30 Jahre umfassen. Also wenige Monate fehlen bis zum 90. Geburtstag. Und diese Dreiteilung des humboldtschen Werkes ist von einer ganz entscheidenden Bedeutung. Weil natürlich sind das auch, wenn man so will, 72, 73 Jahre des Publizierens. Das heißt, drei Generationen, drei Wissenschaftler Generationen. Die Wissenschaft ist damals noch männlich. Und Humboldt wird, das wird ein Problem, das Humboldt durchaus thematisiert. Humboldt unterstützt mit dem Geld, das er nie hatte. Humboldt hat für die amerikanische Reise all sein Geld, sein Gesamtes, die nachvollziehend kommen, von äußerst kostspieligen Bänden, die er sich selber nicht leisten konnte. Also wenn man sieht, dass er sein gesamtes Vermögen, persönliches Vermögen, anders als Wilhelm, in die Wissenschaft gesteckt hatte und gar nicht mehr wusste, wie er seine Diener bezahlen, wie er seinen Diener bezahlen sollte, dann kann man sehen, dass er aber äußerst geschickt war, heute würden wir sagen in Drittmitteleinwerbung, der preußische Hof und seine Freundschaft zu den preußischen Königen, die ihm immer wieder die Möglichkeit verschafften, es mehrfach entschuldet worden durch die preußischen Könige, an deren Hof er als Vorleser arbeiten musste, als Kammerdiener, war er angestellt und bezog ein festes Gehalt, auch als er noch nicht wieder in Preußen lebte, sondern in der zweiten Lebensphase in Paris, hauptsächlich in Paris. Diese Rückkehr nach Preußen erlaubt ihm dann wieder stärkeren Zugang zu den preußischen Königen zu haben und zugleich auch Gelder einzuwerben, in denen er Wissenschaftlerinnen unterstützte, Wissenschaftlerinnen, die auf Reisen waren. Das heißt also Wissenschaftlerinnen wie Ida Pfeiffer, das ist vielleicht ihr bekannteste Reisende, Ida Pfeifers Reisen um die Welt, Frauenreisen, wie sie sich selber nannte, ihre erste Publikation hat sie ja an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch eines ist, dass möglicherweise die Fehler der Vergangenheit von Neuem begehen wird. Also Archive sind in diesem Sinne, auch in dem politischen Sinne, durchaus Lebensversicherungen für die Zukunft. Und so in diesem politischen Verständnis habe ich eigentlich unsere Arbeit am Archiv immer verstanden. Ein zweites Element ist eines von Didi Übermann, George Didi Übermann, hat einmal in seiner Arbeit über das Archiv festgehalten, dass das Erste, was man einem Archiv gegenüber empfinden kann, ein Staunen ist. Das Staunen über die Existenz dieses Archivs. Und dieses Staunen kann man sehr wohl haben, wenn man den Archiven Alexander von Humboldts gegenüber tritt. Denn nicht nur die Tatsache, dass seine Publikationen über einen längeren Zeitraum, über lange Jahrzehnte in Deutschland so gut wie unbekannt waren. Meine Initialzündung waren die großen lateinamerikanischen Autoren 1972 wie Vargas Llosa, García Márquez, Juan Rulfo, Suentes. Die standen in West-Berlin auf der Bühne beim Horizonte-Festival der Kulturen und standen vor einem Berliner Publikum in ihrem Rücken die lange Alexander von Humboldt-Rezeption in Lateinamerika und vor einem Publikum, das nur Wilhelm kannte, aber nicht Alexander. Ein Berliner Publikum, wo Alexander und Wilhelm geboren waren und feststellend, sie waren baff, dass dieser Alexander überhaupt nicht bekannt ist. Das heißt, sie konnten anspielen auf Alexander-Publikum keinerlei Reaktion. Also insofern, das war für mich als jungen Studenten damals ein ganz wichtiger Impuls, um zu verstehen, dass mit diesem Humboldt doch irgendwas anzufangen sein müsse. Wenn diese großen Autoren doch da ständig auf ihn immer wieder hinwiesen. Staunend, aber auch aufgrund der Tatsache, dass es überhaupt diese Archive noch gibt. Staunend zum Beispiel, wenn man weiß, dass die amerikanischen Reisetagebücher von Humboldt erst ganz kurz vor seinem Tode von ihm binden gelassen wurden. Also die wurden in Schweinsleder gebunden, ein Jahr vor seinem Tod und so stehen sie auch heute in der Staatsbibliothek. Aber sie wurden als einzelne Bögen und zu Heften zusammengefasst, von ihm ständig mitgenommen, nach Paris, auf seine Reisen nach Paris, auch auf seine Reisen nach Italien und so weiter. Die wurden ständig mitgeschleppt, weil Humboldt immer wieder was Neues eintrug in die Manuskripte und zugleich aus den Manuskripten etwas herausnahm. Also Information, Vergleiche zum Beispiel, als er den Vesuv in Neapel, also es gibt etwas ganz Witziges bei Humboldt, nämlich die Tatsache, dass überall, wo er hinkommt, in vulkanische Länder, sofort die Vulkane anfangen zu explodieren. Das ist egal wo, also in Ecuador ist sofort die Hülle los, er ist kaum in Venezuela, da gibt es ein großes Erdbeben, am Vesuv bricht gleich der Vesuv aus, am dritten Tag, da ist er gerade im Gespräch mit Madame de Stal, eilt gleich weg, weil er natürlich Lebensgefahr hin, Lebensgefahr her, diesen Vesuv-Ausbruch sehen muss. Und dazu braucht er auch immer wieder die Vergleichszahlen, die er aus den Amerikas mitgebracht hat. Also die Manuskripte reisen ständig, die reisen auch nach der Reise, nach der gefährlichen Reise, nachdem sie aus dem Orinoco gefischt wurden, reisen die mit. Und es ist einfach unglaublich, wenn man diese Manuskripte heute vor sich sieht, dass es diese Manuskripte gibt. Das ist unglaublich. Also dieses Gefühl, die auch wieder in den Händen halten zu können, ist wirklich etwas ganz Besonderes. Und gleichzeitig kommt natürlich dann auch die Geschichte Deutschlands hinzu. Die Schwierigkeiten, diese Archive zu behalten, dann der Zweite Weltkrieg, die Nazis, die Auslagerung, als die deutschen Städte zunehmend unter Bombenbelag kamen, die Auslagerung in andere Städte, nach Schlesien zum Beispiel, Auslagerung von Beständen Humboldts nach Schlesien. Es gibt einen Bombentreffer in Frankfurt, da sind sehr wahrscheinlich einige der humboldtschen Manuskripte ausgelöscht worden, verbrannt worden. Aber tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg tauchen irgendwann in den Klöstern in Schlesien wieder Bestände auf aus diesem Archiv, aus dem Humboldtschen Archiv und werden kommen in die berühmte große Jagiellonenbibliothek in Krakau und haben dort sozusagen unter der Siegle der Berliner Manuskripte ihr Weiterleben. Und entscheidend also ist bei einem Archiv immer auch sozusagen ein Archipeldenken. Wo gibt es noch andere Archive? Wo können wir von Berlin aus noch zu anderen Archiven Verbindungen herstellen? Es gibt also in der Geschichte der Archive Humboldts eine sehr früh entstehende Zusammenarbeit mit Krakau. Diese Zusammenarbeit hat sich im letzten Jahrzehnt intensiviert und die Bestände in Krakau sind digitalisiert. Das heißt, wir können mittlerweile ohne Reisen nach Krakau direkt zugreifen auf bestimmte Archivbestände Humboldts in Krakau. Das heißt, die Welt der Texte Humboldts, der zugänglichen Texte Humboldts, für die sich lange Jahrzehnte niemand interessiert hat, die ist langsam wieder zugänglich. Und es gibt, wie der vorhin kurz erwähnte Pass, es gibt dann eben halt Reisepass von Humboldt. Da gibt es eben dann die Möglichkeit, plötzlich auf Archive zuzugreifen in Ecuador. Und dort, auf welchen Wegen auch immer die Manuskripte nach Ecuador gekommen sind, dort die Möglichkeit zu haben, mit einheimischen Forschern zusammen diese Manuskripte wieder zu erschließen und einzubauen in die großen Humboldt, in die vernetzten Humboldt-Archive, die wir heute betreuen oder die wir heute schaffen. Weil eigentlich ist es mehr ein Schaffen. Und man kann heute nach mehr als einem Drittel der Zeit, die in dem Langzeitvorhaben vorübergegangen ist, und wir sind jetzt mittlerweile zweimal evaluiert worden, zur Versprachlichung dieser Archive vielleicht Folgendes festhalten. Wir sind nicht der Meinung, dass ein Archiv auf eine Art und Weise zu versprachlichen und zu deuten und in unsere Gegenwart und Zukunft zu holen ist. Sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Sprachen, verschiedene Inszenierungsmöglichkeiten. Und bei diesen Möglichkeiten möchte ich drei Linien, die wir haben innerhalb des Vorhabens, kurz erwähnen. Das eine ist die Edition Humboldt-Digital. Bei uns herrscht die Meinung vor, das Digital First, dass wir also eine klare Präferenz für die Digitalisierung von Archiven, weil das natürlich uns auch ganz wesentlich die Möglichkeit gibt, uns relativ leicht mit anderen Archiven zu vernetzen. Außerdem sind die Möglichkeiten, die wir in der digitalen Editionsphilologie haben, ungeheuer viel zukunftshaltiger oder viel versprechender, als sie das in anderen Bereichen wären. Also EHD, wie wir es nennen, Edition Humboldt-Digital, da haben wir versucht, neue Wege zu gehen. Und es gibt ein ganz wunderbares Team, das bei uns an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften arbeitet. Wir haben dann nach dreieinhalb Jahren einen Digital Humanities-Preis, Digital Humanities Award, für diese neuen Möglichkeiten dann auch bekommen. Also das ist die eine Linie. Die bedeutet, dass es möglich ist, die unterschiedlichen Texte Humboldts mit unterschiedlichen anderen Texten und Archiven zusammenzudenken, aber zugleich auch die Möglichkeiten zu sehen, wie wir, wenn ein Name fällt, wie wir das vernetzen können mit anderen Archiven, etwa im Berliner Raum, aber im europäischen Raum und auch im internationalen Raum, die etwa zu unterschiedlichen Toponymen, zu unterschiedlichen Namen, zu unterschiedlichen Forschungsbereichen usw. zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn Sie auf eine bestimmte Pflanze bei uns klicken, können Sie zugleich auch auf andere Beschreibungen von diesen Pflanzen in anderen Reiseberichten, zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel, kommen. Oder wenn Sie auf ein Wildenow, Botanik gehen, dann haben Sie sofort die Möglichkeit, im Naturkundemuseum zu recherchieren, welche Möglichkeiten dort gegeben sind, Gegenstände der Zusammenarbeit zwischen Wildenow und Humboldt usw. Das heißt, es ist also eine unendliche Vernetzung, die wir auch über die nicht-digitalisierten Bereiche, die wir digitalisiert haben, bieten. Zum Beispiel haben wir eine Chronologie, die früher eben halt auf Papier verstand und haben diese digitalisiert und können die jetzt, wir lassen die auch jeweils dann, können die über verschiedene Übersetzungsprogramme in die Sprache übersetzen, die sie möchten. Naja, das ist übertrieben, aber sagen wir mal drei verschiedene Sprachen, vier verschiedene Sprachen haben wir jetzt langsam. Dann können Sie eben sehr schnell Zugriff haben auf die unterschiedlichen Lebensphasen Humboldts und sehen, was hat er an dem Tag geschrieben. Hat er an dem Tag nur an einem Artikel für das Institut geschrieben, an einem Vortrag für das Institut. Hat er dabei auch an französische Wissenschaftler geschrieben. Gibt es etwas, was er in seinem Publikation dazu geschrieben hat? Gibt es etwas aus den amerikanischen Reisetagebüchern, das sich darauf bezieht und so weiter? Das heißt, einzelne Textinseln, etwa aus den amerikanischen Reisetagebüchern, werden dann entsprechend eingebaut. Wenn ich sage amerikanische Reisetagebücher, dann ist das ein Konvolut von gebundenen Bänden, von eigentlich unterschiedlichen Papieren, mit unterschiedlicher Tinte beschriebenen Papieren, die wir 2013 wieder zurückgekauft haben, nach einer sehr spannenden Geschichte dieser Manuskripte, wieder zurückgekauft haben nach Deutschland für zwölf Millionen. Das war zum damaligen Zeitpunkt der höchste Betrag, der für historische Schriften jemals ausgegeben wurde. Also meine Messlatte waren die Schriften, die, glaube ich, in Böhmen oder in Meeren, ich weiß nicht mehr, gefunden wurden von Casanova. Giacomo Casanovas Manuskripte, Histoire de Marie, auf französisch geschrieben, wie Humboldt, größtenteils, Histoire de Marie, kostete, glaube ich, 7,9 Millionen. Und wir haben dann den Preis auf zwölf Millionen etwa geschätzt. Und diese zwölf Millionen hat dann der deutsche Staat und verschiedene Förderinstitutionen bezahlt, um die amerikanischen Manuskripte wieder nach Deutschland, wieder an die Staatsbibliothek zu Berlin zu bekommen und damit sozusagen in unserem Bereich. Wir haben dann ein Projekt gehabt, ein BMBF-Projekt, das sich der Genealogie und der Epistemologie in den amerikanischen Reisetagebüchern zusammen mit der Staatsbibliothek zu Berlin gewidmet hat. Die Staatsbibliothek ist im engeren Sinne keine wissenschaftliche Einrichtung, sondern wir haben versucht, den wissenschaftlichen Part dazu zu spielen und den bibliothekarischen Part und natürlich auch den durchaus materiellen, für die Editionsphilologie so wichtigen materiellen Bereich, den hat die Staatsbibliothek dazu geleistet. Also was ich vorhin sagte zum Beispiel über die Materialität der amerikanischen Reisetagebücher, das geht auf Forschung zurück, die die junge Kollegin an der Staatsbibliothek zum Beispiel gemacht hat, mit den unterschiedlichen Papieren und so weiter. Dazu braucht man natürlich dann auch wiederum eine Humboldt-Expertise, das versuchen wir dann beizusteuern. Also das ist ein Zusammenwirken der unterschiedlichen Institutionen. Das ist die eine Seite, die könnte ich jetzt noch ausführen. Eine zweite Linie ist die Edition Humboldt im Print, also EHP. Edition Humboldt im Print. Das sind Lesebücher, aber Lesebücher auf, ich darf durchaus sagen, auf einem sehr hohen philologischen Niveau. Die bringen aber nicht alles. Sie bringen ganz zentrale Aspekte und für andere Aspekte, die rausgelassen werden, werden die entsprechenden Links eingebaut. Diese Lesebücher werden kuratiert von unseren Editorinnen und Editoren, also gerade ist erschienen der erste Band der amerikanischen Reise, kuratiert von Carmen Götz, jeweils mit einem Vorwort einer Schriftstellerin, in diesem Fall ist es eine französische Schriftstellerin, Cécile Weisbrot, die das Vorwort, ein literarisches Vorwort für den Band geschrieben hat. Und zugleich sind es aber auf einem sehr hohen editionsphilologischen Niveau die Texte von Humboldt kuratiert, also praktisch wie bei einer Ausstellung kuratiert, in diesem Fall von Carmen Götz. Und das sind dann ein gutes Dutzend von Bänden, die dann im Verlauf der 18 Jahre erscheinen werden, ich glaube 16 Bänden, ich weiß nicht mehr. Also jedenfalls ein gutes Dutzend von Bänden, die parallel zur Digital First Politik, also parallel zu dieser editionsphilologisch digitalisierten Variante entstehen. Es gibt eine dritte Linie, die ist für ein breites Publikum gedacht, also wir wollen schon auch mit der zweiten Linie auch ein breites Publikum erreichen. Wir wissen, dass wir mit der ersten Linie, das ist einfach so, editionsphilologisch nur die Leute erreichen können, die hochgradig spezialisiert sind. Und da können wir sozusagen Türen aufmachen für bestimmte Bereiche, die eben halt völlig unerforscht sind. Und es gibt eine dritte Linie, die dritte Linie arbeitet mit Publikumsverlagen. Und diese Publikumsverlage, auch diese Arbeit basiert auf dem Archiv, Arbeit am Archiv. Diese Publikumsverlage können sehr hochpreisig sein. Also wir haben zum Beispiel für die amerikanischen Reisetagebücher Gelder eingeworben, zum Kauf der amerikanischen Reisetagebücher, mit dem Verweis darauf, dass es sich um Kunstobjekte handelt. Weil Sie können jede einzelne Seite von Humboldts Manuskripten als ein Kunstwerk sehen, mit Zeichnungen, Erläuterungen, mit einer Aufteilung der Seite. Das ist ganz faszinierend. Sodass es eine überzeugende Argumentation war, dieses Schriftgut als Kunstwerk zu sehen. Und insofern haben wir das auch mit dem Prestl-Verlag, also mit einem ausgesprochenen Kunstverlag, in zwei verschiedenen deutschsprachigen, englischsprachigen Ausgaben publiziert. Das ist ja relativ teuer. Im Spätjahr diesen Jahres wird erscheinen bei Reklam, ich glaube für 4,90 Euro oder so, ein Bändchen zum Ökologen Alexander von Humboldt. Also das heißt, unterschiedlichste Bereiche von uns beflissenden, wahrscheinlich akademisch vorgebildeten Menschen, die sich den Prestl-Band leisten, und das waren erstaunlich viele, überhaupt die Zahlen sind wirklich beeindruckend, also Kosmos, den haben wir 100.000 Mal verkauft, in einer Ausgabe von 99 Euro zu Beginn. Also 100.000 war schon für mich selber eine hochüberraschende Zahl. Und bis hin zu studentischen Ausgaben, die sich jeder Studentin leisten kann in diesem Bereich. Entscheidend ist ein Grundsatz, der für die ganze Arbeit gilt. Denn eine Wissenschaft, die ihr Wissen nicht in die Gesellschaft schafft, erkennt ihre gesellschaftliche Bringschuld und ist am Ende selbst schuld, wenn die Gesellschaft sie um ihre Mittel bringt. Das ist ein Leitsatz, den ich mir im Verlauf meines Lebens so eigengemacht habe und der im Grunde darauf zielt, dass es eine gesellschaftliche Verantwortung des wissenschaftlichen Tuns, des eigenen wissenschaftlichen Tuns gibt. Und dass diese Möglichkeit, die Investition, die die Gesellschaft in mich tätigt, wieder zurückzugeben als eine Grundbedingung wissenschaftlichen Arbeitens zu verstehen. Das ist im Grunde nichts anderes als die Humboldtsche Konzeption. Die Humboldtsche Konzeption meint genau das. Also die Möglichkeit, unterschiedlichste Publikumssegmente zu finden und wenn nötig zu erfinden, um Wissen in die Gesellschaft zu tragen, um dieses gesellschaftliche Wissen beruchtbar zu machen. Also das Bemühen Alexander von Humboldts, die Universität, an der er nie arbeiten wollte, das ist die heute Humboldt-Universität, die sein Bruder Wilhelm mitbegründet hat und an der er auch hätte arbeiten sollen, aber nicht arbeiten wollte, weil er immer auf Reisen bleiben wollte und unabhängig bleiben wollte, schrieb sein Bruder auf Französisch aus den tiefen Sibiriens, wenn du das tust und mich zum Direktor irgendeines Instituts machst, werde ich diese Stellung sofort kündigen und Berlin verlassen, auf immer und nach Paris ziehen. Also er hat gleich alle Möglichkeiten sozusagen abgeschnitten, aber das heißt nicht, für die Universität nicht tätig zu sein. Humboldt hat sich stark dafür eingesetzt, dass Frauen in seine Vorlesungen kamen. Also Humboldt hat durchaus eine Erweiterung des akademischen Publikums als politische Maßgabe sich vorgestellt und dass diese Maßgabe eben halt auch sein wissenschaftliches wie sein politisches Handeln trägt hat. Ich möchte gerne mit dieser Überlegung unsere kurze Reise zu Alexander von Humboldt beenden. Es ist eine Überlegung, ich weiß nicht, wie die Dinge in der Slowakei laufen, im wissenschaftlichen Bereich, aber im deutschsprachigen Raum und zumindest im deutschen Raum sind Fächer wie die Romanistik oder die Anglistik vielleicht ein bisschen weniger, aber natürlich die Slavistik und viele andere geisteswissenschaftliche Fächer im Moment in einer sehr schwierigen Situation, in einer sehr, sehr schwierigen Situation, in die, ich denke, die zum Teil auch durch eigenes Verschulden gekommen sind, weil sie vielleicht diese Dimension der gesellschaftlichen Wirkkraft ihres Wissens nicht so gesehen haben und nicht entscheidend in die Gesellschaft transportiert haben. Also insofern glaube ich, dass die Wissenschaft der Zukunft, die Wissenschaft sozusagen des nächsten Jahrzehnts eine sein wird, die wieder sehr viel stärker politisch orientiert in die gesellschaftliche Verantwortung eintreten muss, um diese Wissenschaft wieder vorwärts zu bringen und ihr Wissen in die Gesellschaft zu teilen. Das ist, glaube ich, ein Vermächtnis auch der Arbeit von Alexander von Humboldt, von Alexander von Humboldt, dessen Rezeption über einen langen Zeitraum in Deutschland unterbrochen war, weil er eben zwischen verschiedenen Sprachen, zwischen verschiedenen Ländern, Preußen und Frankreich, aber natürlich auch die Amerikas und so weiter und zwischen verschiedenen politischen Ausrichtungen hin und her gependelt ist und diese Dimension der Reduktion eines Menschen, eines Wissenschaftlers auf eine nationale Zugehörigkeit und den damit verbundenen Nationalismus scharf abgelehnt hat. Wenn ein Institut für Weltliteratur einen Begriff benutzt, den Goethe als einen Protestbegriff gegen die Nationalliteratur verwendete, also Sie kennen alle das Zitat Nationalliteratur will jetzt nicht viel sagen, die Zeit der Weltliteratur ist jetzt, also die Epoche der Weltliteratur ist jetzt an der Zeit, dann ist das natürlich auch eine Dimension im göttischen Duktus als Polemik gegen die Nationalliteratur, nur, dass wir vielleicht heute in einer Zeit sind, erlauben Sie mir das als Schluss der Überlegung heute hier am Institut für Weltliteratur zu stellen, eine Überlegung, die durchaus dieses Zitat von Goethe wörtlich nimmt und die Epoche der Weltliteratur mit einem Anfang und mit einem Ende versehen denkt und von daher die tatsächliche Entwicklung unserer Literaturen als eine der Literaturen der Welt und nicht nur der Weltliteratur versteht. Diese Dimension, die uns aus der Goethe-Zeit sozusagen, aus der Zeit Alexander von Humboldt und auch aus der Zeit Wilhelm von Humboldt gekommen sind, die sind zugleich auch mit einer starken gesellschaftlichen, politischen und politischen Bedeutung aufgeladen. Das Archiv spricht und das Archiv kann unterschiedlich zum Sprechen gebracht werden. Entscheidend ist, dass wir das, was das Archiv spricht, in die Gesellschaft bringen. Ganz vielen Dank.